Die Firma Dreyer Peltor hat mir freundlicherweise ein weiteres Produkt zum Reviewen zugeschickt. Und zwar geht es um ein Gelring Hygienekit, um es genau zu nehmen, das HY80S. Lieferumfang in diesem Hygienekit sind zwei neue Gelkissen für den aktiven Gehörschutz des Peltor Sportac, inklusive zwei Schaumstoffeinlagen. Der Hauptunterschied zwischen den Original-Ohrpolstern und den hierin befindlichen Gelkissen liegt darin, dass sich dieser Gelring, der mit Silikongel gefüllt ist, besser um das Ohr herum anpasst und abdichtet, aber genauso auch besser um zum Beispiel Ohrbügel abdichtet. Deswegen sind diese Gelringe für Brillenträger sehr, sehr gut geeignet. Hinzu kommt, dadurch dämpfen sie ca. 1 Dezibel besser als die Original-Kopfpolster. Und als dritter Punkt, diese Gelringe haben eine kühlende Wirkung. Das heißt, draußen bei heißen Monaten ist dieses Gel etwas kühler auf dem Kopf als jetzt der Standard-Ohrpolster. Ich habe sie bei mir schon mal drauf gemacht an meinen Peltor Sportac. Ich habe ihn zwar noch nicht im Live-Betrieb testen können, weil ich jetzt seitdem nicht auf dem Schießstand gewesen bin, aber ich habe ihn mal so aufgesetzt und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angenehm überrascht davon. Die Passform und das Gefühl auf dem Kopf ist super. Man spürt im Grunde genommen den gesamten Gehörschutz schon gar nicht mehr, wirklich, außer dem normalen Druck. Und wie gesagt, dieser Gehörschutz passt sich durch diese Gelkissen super der Kopfform auch an. Und damit dichtet er wesentlich besser ab als jetzt hier die normal mitgelieferten Ohrpolster. Die Gelkissen sind vom Aufbau her, wenn man jetzt sieht, das ist das Original-Kissen. Hier haben wir eine durchgehende Fläche. Wir haben bei dem Gelkissen haben wir quasi Lamellen, die drumherum sind. Und damit kann natürlich in verschiedenen Punkten eine unterschiedliche Abdichtung erfolgen. Und damit erreicht man halt eine etwas bessere Dämpfungswirkung. Peltor schreibt vor, bei täglichem Gebrauch dieses Gehörschutzes mit den Gelkissen sollten diese nach ca. 6 Monaten ausgetauscht werden. Hat man das Ding jetzt, wie es im Skisport üblich ist, einmal die Woche, zweimal die Woche etc. auf dem Kopf, dann sollte man nach ein bis zwei Jahren die Gelkissen austauschen, da sie sonst härter werden und dadurch nicht mehr richtig abdichten. Man kennt das auch von den normalen Kopfpolstern, Ohrpolstern, dass diese mit der Zeit ja auch hart werden und dann nicht mehr richtig abdichten. Dieses Hygienekit kann man wunderbar nachbestellen. Link poste ich euch unten. Liegt immer irgendwo zwischen 70 und 85 Euro, das Paket. Inhalt des Paketes sind, wie gesagt, die zwei Gelkissen sowie zwei Schaumstoffeinlagen. Hier habe ich auch die Information erhalten, diese sind auswaschbar. Das heißt, dadurch kann man natürlich gerade die Hygiene ein bisschen verlängern, indem man sie halt mal mit Wasser ein bisschen auswäscht, um halt Schweiß, was auch immer, was da für Schmutz reinkommt, rauswaschen kann. Zum Trocknen hinlegen und wieder einsetzen, fertig. Ich bin tatsächlich auf die Dämpfungswirkung gespannt, ob das jetzt wirklich so einen großen Unterschied macht. Aber was ich bis jetzt allein nur hier vom Anprobieren gefühlt habe, sind das tatsächlich Weltenunterschied vom Tragekomfort her des Gehörschutzes. Von daher, es wird definitiv ein weiteres Video über dieses Hygiene-Kit geben. HY80S-EU Gelring Hygiene-Kit für den Sport-Tag von 3M Peltor. Sie können wiederholen. Wie anders bei der Dämpfungswirkung seht in die Dämpfung. Lformat